Willkommen zurück zu Anna's Quest. Oh, hallo Ben. Ich wusste nicht... Oh... Und dann, der Cowering Thief kam und sagte... Uh-oh. Oh, dear. Uh... Nein. Nein, er sagte keine dieser Dinge. Wer ist diese Geschichte? Hold on. Hold on. Ihr zwei kennen uns? Hi, Anne. Uh... Eine Freundin von mir, die nicht Anna, die Wattende Frau. Ah, ja. Hallo, Herr. Ich bin ein Freund von mir normaler Freund, und nicht ein Bär. Sie wissen, eine junge Frau in der Nähe, die sieht genau wie Sie. Oh, wie ich? Aber ich bin eine komplett inocente Frau. Eine inocente Frau, Sie sagen Sie? Sie haben nicht gesehen, eine Frau, die eigentliche ist, dann, haben Sie? Wir können nicht die Frau, die gleiche, als eine Bär-Felle für eine Freundin. Es ist ziemlich schwer, ich denke. Oh, ja. Ja, ich denke so, auch. Nein, definitiv keine Bär-Friends. Haha, ein Freund für eine Bär. Wie strange. Strange, indeed. Aber gefährlich. Also, wenn du sie sehen möchtest, hörst du? Jetzt, wo war ich? Ah, Darnit, ich erinnere mich nicht. Hm. So weit sind sie mich nicht. Aber ich will nicht meine Glück noch weiter versuchen. Okay, danke. Nein. Ja. Kann ich vielleicht die Rohr umdrehen? Aha, ich bin gut an das. All diese Praktik ist jetzt wirklich aufzunehmen. hier muss ich was machen. Hat vielleicht der Pfarrer noch eine Idee? Hallo, junger Junge. Okay, ich muss diese Bilder irgendwie anordnen. Okay, da macht's ja nix. Nein. Es... Es ist ein Bunch of... Nein. 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 scheint so. Oh, jetzt beginnt's knifflig zu werden. Ich muss ja jetzt... das Bier abdrehen. Kann ich vielleicht hier nochmal mit dem anderen Mädchen reden? Hallo? Ich hoffe, du wirst mich nicht fragen, aber ist... ist dein Vater derjenige, der ausgespfeiert? Du... du kennst, wo mein Papa ist? Ähm... nicht genau. Nein. Oh. Okay, dann. Ist es irgendwas, was ich tun kann, um zu helfen? Nein, nein. Es ist okay. Aber danke. Danke. Ich sollte jetzt wieder zu arbeiten gehen. Entschuldigung. Oh, lieber. Ich wünschte, ich könnte helfen, aber es ist halt derzeit etwas schwer. Ich muss irgendwas in der Kirche oder im Laden machen. Aber ich bin etwas überfragt, wie ich ihr noch ablenken kann. Ich kann ja nur den Affen anmachen. Dann kann ich mir die Geige schnappen, aber es hilft nichts. Dann muss ich mir die Geige schnappen, dann nochmal für Krach sorgen und dann schnell raus. Das wäre auch eine Idee. Moment. Da hat es nicht richtig gekommen. So, jetzt habe ich mir die Geige. Jetzt warte ich mal, dass er fertig ist. Jetzt mache ich den Affen nämlich nicht. Und jetzt versuche ich ihn mal ganz schnell abzuhauen. Verdammt. Also hier einfach abhauen kann ich ja wohl knicken. Habe ich denn irgendwas, um ihn abzulenken? Nicht jetzt. Was kann ich mit diesem? Nichts. Es ist nötig. Oh, gut. Ich wollte es trotzdem nicht aufgeben. Kein Weg. Es ist nicht... Was kann ich mit diesem? Nichts. Kein Weg. Kein Weg. Kein Weg. Nein. Es ist nur ein Ort, in dem ich das hier spielen muss. Nein. Okay, das heißt aber wahrscheinlich, ich brauche sie jetzt eh noch nicht. Weil ich habe ja noch überhaupt gar keinen Ort dafür. Ah. Ich versuche dir... Ich muss das Bier irgendwie loswerden oder in der Kirche was machen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das Bier abdrehen kann. Ah, nein. Aber es ist das beschäftigste Ort hier. Es ist eine gute Chance, dass ich etwas Hilfe finden kann. Nein, zur Mühle muss ich nicht. Ich muss irgendwas an dem Bier machen, aber ich weiß nicht was... Die da, die sind ja eh dicht und mit dem kann ich wahrscheinlich nicht reden. Ja. 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 Ja, ich bin gut, danke. Nur schnell! Wir sollten so schnell wie möglich gehen, glaube ich. Ich kann nicht mehr aufs agree. Ich habe es so schnell wie möglich, ich versuche. Keine Ahnung! Eep? Ist das ein bisschen ein Schmerz, dass sie so über die Tür haben? Nein! 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 Hm, okay. Es gibt zwei da. Sie erscheinen sich beide in die Tavern von irgendwoher... Ich denke, ich habe genug Schmerz gemacht. Ich bin sorry, Herr Bartender. Aber desperate Zeiten nennen für desperate Maßnahmen... Ach, jetzt... Jetzt pumpe ich hier das Bier raus. Ich verstehe! Perfekt! Ich verstehe! Ich weiß nicht, wie es dir zu machen, Gil. Also, ich werde nur sagen... Es gibt keine Bier mehr. Hm? Dann... ... 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